So, hier für alle, die bei uns in der Mountain View Residenz Urlaub machen, mal ein Ausflugstipp. Wir sind heute gefahren zum Kyperuli Canyon, zum Rafting und sind gelandet beim Chalayan Rafting. Kleines Familienunternehmen mit Restaurant. Super nette Leute geben sich sehr viel Mühe. Der Trip dauert ungefähr zwei Stunden flussabwärts mit Guide. Wir haben bezahlt 20 Euro pro Person für eine kleine Gruppe, zu dritt. Man kann es auch günstiger machen in einem großen Boot, so mit zehn Leuten. Da ist es deutlich billiger, aber es macht eben mehr Spaß in der Kleingruppe, hat keinen Platz im Boot. Anschließend nach der Tour geht es wieder mit dem Auto zurück. Dann gibt es Mittagessen, leckere Forelle oder Glühnchen. Und mit der wunderschönen Aussicht auf den Fluss. Ganz tolles Restaurant. Ja, probiert es einfach aus. Macht jede Menge Spaß. Eiskaltes, glasklares Wasser. Gewirkswasser bei 37 Grad. Probiert es aus. Wayland Platt. Highland Platt. Boom. Musik. Bulliert es darum. calories in Verrug. Die 真的 auf balancellen ist es. Durer. Ich würdhe. Musik. Musik. Und zwar ein Witz. Musik. Vielen Dank für's Zuschauen!